Grundsätzlich ist nichts neu. Alles, was wir machen, ist die Interpretation von etwas, was schon da gewesen ist. Willkommen in der Stilschule mit Juliana von Gatterburg. Stephanie Tatenhorst. Antonius Schimmelbusch. Tim Labender. Ich bin Esther Brutzkus. My name is Jan Michael Kwami and this is the Stilschule. In jedem Raum und in jedes Gebäude und in jedes Haus muss eine Seele transportiert werden. You know it's the right place for you when you have an emotional response to something, something that you can't stop thinking about. Dir erstellt dich ein passendes Farbkonzept. Nehmt den Raum wahr oder die Räume, die ihr neu gestalten wollt. Man kann zum einen bei Vintage-Shops gucken und dann geht es natürlich auch einfach darum, die Augen aufzuhalten, wenn du selber unterwegs bist. Das Schöne am Homeoffice ist ja auch, dass ihr wirklich genau so sein dürft, wie ihr wollt. Ich glaube nicht an Neues. Ich glaube nur daran, dass es darum geht, das Puzzle zusammenzubringen. Ich glaube nicht an Neues.